Ich bin Anna Hovind-Moreno, bin 35 Jahre, lebe mit meiner Kleinfamilie, mitten im Herzen von Prenzlauer Berg und kandidiere für die kommende BVV Panko. Ich nehme die Anliegen der Bürgerin ernst und bin deshalb seit 2016 in der BVV und möchte dies gerne auch weiterhin tun. Mein Herzensthema ist die soziale Infrastruktur. Ich möchte, dass diese für alle zugänglich und barrierefrei ist. Ich möchte, dass Park- und Grünanlagen besser erleuchtet sind und möchte, dass es genug Plätze für ältere Menschen im Bezirk gibt zum Rasten und dass generationenübergreifende Angebote für Jung und Alt im Bezirk zur Verfügung stehen. Was mir auch noch besonders wichtig ist, sind die vielen jungen Unternehmerinnen, Selbstständige und Kreative im Bezirk. Diese brauchen Freiflächen und Gewerbeflächen, die gesichert sind und wir brauchen gute Beratung und Hilfestellung. Dafür mache ich mich stark.